Wo waren wir jetzt? Oh nee, wir haben hier zu arbeiten, kommen die Gummi. Pass auf, der Wagen hier ist kopflästig, der kippelt ja nicht. Ich weiß, der ist an, der dir feigen tut. Ich weiß nicht, dass ich nicht so lange schalte. Schweizer, kann sich nicht mehr? Sollen Straßen auch, wenn man weiß? Aber hier? Weil die auf deutscher Autobahn sind. Ja, die sind so einen automatischen Tempromat, der automatisch umschaltet Vollgas. Dann nur linkes Flühen da. Und er hat noch 10 Meter nach einem Zoll. Schießen Sie gleich an die Vorbahn. Ja, das dauert noch niemals 10 Minuten. Heute Morgen. Ich kann so lange nur noch, warum die nichts macht. Wenn die da oben festheben. Die Unterböder sind ziemlich gekratzt. Die Farbe langsam liegt. Das ist auch schon ein Transport. Kannst du das machen? Dann musst du drüber wechseln. Dann musst du die Dinger lackieren. Die originalen sind genauso. Die haben sogar Dellen. Die sehen aus wie weltlich. Weil hier die, die sind ganz schlimm. Deswegen hat die also weltlich. Aber die fährt zumindest, was bei der DB nicht so üblich ist. Hast du schon mal ein DB Zeichen umgedreht? Wo oben DB unten die Lok zu sehen ist? Dreh mal rum. Bei dem, was du noch mal ein binges? Das war so. Das war so. Das war so. Aber wie war die Dinger? Das war so. Da ist der Dinger. Da ist der Dinger. Da ist die Dinger. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020